Einen wunderschönen, meine Lieben, und welcome back to einen neuen Round Naffarello. Ihr habt mir letztes Mal wieder nice Tipps gegeben, weil ich mich ja wirklich viel zu dämlich anstelle, die dritte Nacht zu schaffen. Und zwar, weil mich Withered Bonnie jedes Mal random killt. Und jetzt habe ich den Tipp bekommen, von Lama Mädchen, vielen Dank dafür, dass ich immer, wenn ich aus den Camps gehe, ganz kurz meine Maske aufsetzen soll. Dann soll das anscheinend nicht passieren. Denn Withered Bonnie ist eigentlich, würde ich mal behaupten, mein einziges Problem. Ansonsten läuft's. Ja, ich halte Foxy in Schach, ich halte Balloon Guy in Schach. Balloon Boy. Und ja, so werden wir das jetzt handhaben. Foxy ist schon am Stüssel. Wenn wir jetzt mal ein bisschen triggern mit dem Licht, dann dürfte der ja wieder weggehen. Okay, weg ist er. Dann ziehen wir unsere Spielur wieder auf. Gehen raus, setzen die Maske auf. Und so werden wir den Shit jetzt permanent durchziehen. Und dann sollten wir endlich mal die dritte Nacht schaffen. Hier kurz Eigenwerbung. Ich werde morgen auf Twitch FNAF streamen. Also wenn ihr da dabei sein wollt, könnt ihr mir gerne voll auf Twitch da lassen. Also nicht nur morgen, wir werden öfter FNAF streamen. Aber ich bin da immer sehr auf eure Tipps angewiesen. Und ihr gebt mir auch immer coole Tipps, dass ich da weiterkomme. Und das ist live natürlich noch interessanter, weil dann könnt ihr mir halt live die Tipps gleich geben. Und ich kann die sofort in die Tat umsetzen. Und vergesse auch nix. Jetzt mach'n Abflug. So, weg ist er. Ziehen wir unsere Spielur wieder auf. Die Spielur ist das einzige, was mich so langweilt. Hat was von Darth Vader. So, schaut, schaut alles. Ja gut, es ist halt auch erst eins, gell. Da können wir noch nicht von gut aus, ausschauen sprechen. Nein, meise Büte jetzt. Komm. Kusch. Kuschi. Böser Foxi. Böser Foxi. Der Foxi ist schon hartnervig. Der war letzten Mal auch so penetrant. Das hältst er kaum aus. Verpies dich jetzt. Sau weggesackt. Ja, ansonsten schaut alles soweit ganz cool aus, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Balloon Boy ist schon on the road. Und Bonnie kam immer so um drei Uhr. So, um drei Uhr stand er random da und hab mich hops genommen. Das werden wir jetzt versuchen zu vermeiden. Jetzt ist Foxi schon wieder da. Ja, Himmel. Komm. Kusch. Hau ab. Ksch. Ksch. Geh weg. Schaut gut aus. Akku ist voll. Foxi wieder da. Hältst du nicht aus. Oh. Okay. Ich muss die Spieluhr dann Maske chillen. Der nimmt mich immer hops. Er nimmt mich jedes Mal hops. Ja, jetzt sind sie beide da. Das Problem ist, Bonnie, selbst wenn Bonnie jetzt wieder weg ist. Er geht ja weg. Ist ja nicht so. Er geht ja wieder weg. Aber er nimmt mich dann trotzdem hops. Weil der gar nicht weg geht, der versteckt sich bei mir im Büro hinterm Schreibtisch, hab ich gehört. Und dann nimmt er mich halt trotzdem hops. So, jetzt raus. Instant Maske. Und das sollte angeblich das Problem lösen. Ah! Ah! Der hat mich abgeholt. Der hat mich echt abgeholt. Ja, das ist das Problem. Das hab ich auch auf das Kommentar geantwortet. Auf den Kommentar geantwortet. Das kann ich schon machen. Instant meine Maske aufsetzen. Aber das triggert ja Foxi. Ich schaffe diese dritte Nacht nicht. Alter, wenn die vierte Nacht noch schwerer wird. Keine Ahnung. Dann müssen wir es im Livestream machen. Foxi kommt halt so übertrieben oft. Das ist zu viel. Wahnsinn. Was ich nicht verstehe, wenn Foxi da ist, kommt ja dieses Zahnrad-Geräusch-Kratzen-Quietschen da. Das hatte ich gerade nicht, das Geräusch. Ah, ist er wieder weg. Was war jetzt da falsch? Generell, was mach ich falsch? Es ist, es ist, ich, ich reil's nicht. Balloon Boy on, on the way. Also auf Balloon Boy, Chica, hau ich komplett nahe. Also die haben eigentlich keine, machen eigentlich keine Probleme. In der Runde ist es nur Bonnie und Foxi. Das Problem ist, ich könnte Bonnie mit der Maske abwehren, nehme ich an. Aber dadurch, dass Foxi so penetrant ist in der Nacht. Ja, Mann. Ja, was, was soll ich jetzt wieder machen? Was, was willst du machen? Jetzt muss Foxi erstmal weg. Und jetzt kann ich meine Maske aufsetzen. Ich kann die Maske nicht aufsetzen, wenn Foxi da ist. Geht ja nicht. Jetzt kommt Puppet auch noch, oder? God. Da, Quetschen, Foxi. Alter, ich, ich krieg, ich krieg die Pest. So, er ist weg. Maske. Ja, er ist nicht weg. Okay, jetzt sind beide weg. Jetzt sind beide weg, okay? Glaubt man. In Wirklichkeit ist Bonnie aber noch da und nimmt mich gleich hops. Könnt ihr mir glauben. Werdet ihr gleich sehen. Jetzt ihn erst wieder loswerden. Kusch dich. Hau ab. Hau ab. So, er ist weg. So. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Hallo. Was mache ich denn falsch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo ist der Fehler? Die beiden überschneiden sich halt. Und wenn die sich überschneiden, hast du verloren. Ich kann nicht Taschenlampe und Maske machen. Es geht halt nicht. So oder so, es ist ein Trauerspiel. Es ist ein einziges Trauerspiel. Foxy wieder da. Weg. Aufziehen. Maske. Kann ich die Maske auflassen, bis ich dieses Geräusch... Ich glaube, dass ich das... Ich... Das Geräusch kommt nicht. Wenn ich die Maske aufhabe. Bonnie. Um 1 Uhr in der Nacht. Bonnie und Foxy. Runde gelaufen. Hat sie erledigt. Machst du nichts mehr. Da machst du nichts mehr. Ist gelaufen. Foxy wieder da. Balloonboy ist da. Kommt auch gleich. Ja, warum auch nicht, ne? Kommt nur alle vorbei. Alles cool. Wir chillen zusammen im Büro. Chica, toi Chica. Was zur Hölle, Alter? Wuck. Ey, was? Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Ich komme ja nicht mal mehr bis 3 Uhr. Jetzt muss ich mich über 2 Uhr schon freuen. Sag's euch. Die dritte Nacht. FNAF 2. Nacht 3. Diga. Aufziehen und Foxy ist weg. Ach Gott. Foxy triggert mich nicht, weil du Foxy echt nice wegkriegst eigentlich. Hier ein bisschen Strobo-Licht anknippen und der Boy verschwindet wieder. Bonnie ist das Problem. Gegen Bonnie komme ich nicht an. Und dadurch, dass ich so konzentriert bin auf Bonnie, verpasse ich dann auch so Sachen wie Chica im Schacht. Foxy wieder da. Hey, der... Ne, jetzt ist Bonnie da. Weil... Jetzt ist Bonnie und Foxy da. Um 1 Uhr in der Nacht. Hast du theoretisch verloren. Jetzt ist noch jemand im Schacht. Hey, ist das jetzt euer Ernst oder was? Um 1 Uhr in der Nacht. Bonnie, Foxy und jemand im Schacht. Ihr übertreibt es massivst, Leute. Das ist echt lächerlich jetzt. Hau ab, Mann. Komm, verpiss dich. Echt. Das ist... Das ist lachhaft. Echt. Um 1 Uhr in der Nacht bin ich ungefähr am Schwitzen. Hau ab jetzt. So, weg ist er. Spiello aufziehen. Kraus aus der Cam Maske aufsetzen. Schneller geht's nicht. Schneller geht's nicht. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich Bonnie weg hab, oder? Jetzt kommt nicht Balloon Boy auch noch, oder? Wer hat Hello gesagt? Schau, Bonnie steht schon wieder da. Es ist zum Verzweifeln, Alter. Hey, die nehmen mich her. Es ist noch nicht mal drei. Foxy wieder da. Foxy und Bonnie wieder da. Jetzt kann ich meine Maske nicht aufsetzen. Was das bedeutet, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären, oder? So, Foxy weg. Spiello aufziehen, raus, Maske aufsetzen. Zack, zack. Bisschen auflassen, bisschen auflassen, bisschen auflassen. Raus, Licht. Bonnie steht immer noch da. Foxy ist wieder da. Foxy ein bisschen triggern. Trigger, 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 trigger. Hier nochmal gucken. Trigger, trigger. Bonnie ist weg. Das war's. Verloren. Spiello aufziehen, raus, Maske aufsetzen, tot. Safe, trau ich mich wetten. Ich meine, jetzt passt er, ist weg. Aber... Foxy wieder da? Boah, schaffen wir's wenigstens mal bis vier Uhr. Das wär halt... Ja, Chica, genau. Komm ran, Chica, alles cool. Boah, wir haben's vier. Ich hab's bis vier Uhr geschafft. Ich hab's schon mal gesagt, dass es halt echt zum Teil ein Glücksspiel ist. Hier ist Chica, Maske aufsetzen. Hier ist Foxy, keine Maske aufsetzen. Was tue ich jetzt? Soll ich mir jetzt so eine Phantom-der-Opa-Maske holen, die nur auf der linken Gesichtshälfte ist, oder... Das ist saffig. Das ist saffig. Du kannst nichts dagegen machen. Ich glaub echt, das ist ein Bug. Und Foxy kommt einfach zu oft. Das sollte nicht so sein, wahrscheinlich. Ab normal. Letzte Runde, Freunde. Wie gesagt, am Donnerstag auf Twitch. Zocken wir's im Livestream. Wenn ihr mir helfen wollt, helfen könnt, oder einfach ein bisschen Talkenwort, ein bisschen Spaß haben wollt, dann kommt da mal rum. Heißt dann natürlich genauso wie hier. Ach, es ist... Es ist ein Trauerspiel. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die vierte Nacht leichter wird. Nacht vier, wenn genauso schwer bleibt, dann... Oder schwerer wird. Ja, ist ja gut jetzt. Darf ich? Danke. So, ich trigger, 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 trigger. Trigger, trigger, trigger. Ich zieh meine Spillow auf. Ich geh raus, setz meine Maske auf. Ich mein, wir haben vorhin einen Bonnie-Angriff überlebt. Soweit ich weiß. Hätte ich jetzt... Gefühlstechnisch gesagt... ...dass das ein Angriff war. Den haben wir geschafft. Foxy wieder da. Jetzt ist noch jemand im Schacht, natürlich. Ja, es muss ja jemand kommen, weil ich muss ja meine Maske aufsetzen. Darf sie nicht aufsetzen. Ihr kennt das Spiel. Sonst wäre es ja langweilig. Wow. Passt? Passt das? Passt. Nice. Okay, den haben wir auch geschafft. Toll, Bonnie, Angriff überstanden. Withered Bonnie, Angriff überstanden. Das ist doch mal nice. Das ist doch mal nice. Aber es ist halt... ...zwei Uhr in der Nacht, Freunde, gell? Spieluhr. Balloon Boy, verloren. Es ist zwei Uhr in der Nacht. Zwei Uhr in der Nacht. Freddy ist da. Äh, Foxy ist da. Withered Bonnie ist da. Toy Bonnie ist da. Toy Chica ist da. Balloon Boy ist da. Um zwei Uhr in der Nacht. Das ist affig, Leute. Jetzt kommen wahrscheinlich noch neue Charaktere. Die werden es wahrscheinlich aus den kommenden Teilen, haben es vielleicht noch ein paar eingefügt, damit mir nicht langweilig wird. Zwei Uhr. Echt. Ey, ich meine, wenn es um fünf Uhr ein bisschen stressig wird, okay. Aber das ist nicht schaffbar. Ich habe doch irgendwo aus Versehen den Schwierigkeitsgrad auf sehr hoch gestellt oder so, ohne dass ich es mitbekommen habe. Kann mir keiner verkaufen, das Zeug. So, Foxy wieder da. Ich weiß halt nicht, vielleicht, Foxy zum Beispiel, vielleicht reicht das? Fertig. Und jetzt muss ich mich nicht mehr um ihn kümmern. Kann auch Maske aufsetzen und alles. Aber das bezweifle ich. Was machen? Komm, mach einen Abflug jetzt. Ich habe halt jetzt so echt keinen Fehler entdeckt. Und ich müsste zwischendrin noch auf die Camps gucken und... Ey, vergiss es. Vergiss es. Es ist nicht machbar. Foxy wieder da. Okay. Okay. Ich glaube, wenn ich ihn so ein bisschen anstrobo, dann ist es mit dem erstmal cool. Ich glaube, weiter brauche ich mich nicht um ihn kümmern. Aber wenn ich jetzt eine Maske aufsetze, die Foxy hat triggert, das wäre jetzt interessant. Weil dann könnte ich sagen, Maske runter. Dann würde ich es andersrum machen. Jetzt mache ich es ja so. Ich spiele viel mit der Taschenlampe, setze kurz die Maske auf. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man es andersrum macht. Viel mit der Maske und hier und da mal Taschenlampe. Jetzt sind wir beide da. Erste verloren. Brauchen wir doch gar nicht rumtun. Jetzt sind beide wieder weg. Wer es glaubt, wird selig. Irgendjemand ist schon im Schacht. Muss natürlich auch sein. Ja, Balloon Boy ist schon wieder... auf dem Weg. Okay, Balloon Boy kommt von links. Da müssen wir auch ein Auge drauf haben. Dass der nicht wieder reinkommt, das war ja gerade auch extrem unfair. Ich habe den nicht mal im Schacht gesehen. Der stand auf einmal einfach da. Ja. Okay, es ist zwei. Ich finde auch, vorhin... Ich bin ja die ersten Versuche immer bis in die dritte Nacht gekommen. In der dritten... Also, keine Ahnung. Könnt ihr euch die letzte Folge anschauen. Die ersten vier Versuche ohne Probleme bis in die dritte Nacht. Jetzt kriege ich es ja... Äh, 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 bis zur... Bis drei Uhr. Jetzt kriege ich es ja um ein Uhr schon so besorgt, dass alles zu spät ist. Woran liegt denn das? Ah, das war zu langsam, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich... Ich habe... Ich schwöre es euch, ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe keine Ahnung. Ja, sei es drum. Ich habe es mal wieder versucht. Keine Ahnung. Das ist die dritte Nacht, das verbuggt. Erzählt mir, was ihr wollt. Das kann unmöglich stimmen. Das kann... Das waren locker 20 Versuche jetzt schon. Und ich komme einmal in 20 Versuchen bis 4 Uhr. Lächerlich. Wie gesagt, ich werde streamen. Kommt gern rein. Gebt mir Tipps, wenn ihr welche habt. Ansonsten habt einfach ein bisschen Spaß in meinem Livestream. Würde mich freuen. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke jedem für den Support und haut rein.